Achtung, das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Na, wer von euch hat's schon gemerkt? Ja, höchstwahrscheinlich jeder. Genau, das ist nicht hart zu fallen, viel wie wir es kennen. Nein, nein, wir spielen heute die wunderschöne Age of Imperialism Mod. Die gibt es erst seit einer Weile wieder. Die war zwischenzeitlich dadurch mal verschwunden vom Steam Workshop, aber die behandelt das Szenario, was wäre, wenn der Erste Weltkrieg nie stattgefunden hätte. Ihr findet den Link zur Mod natürlich, wie immer, in der Beschreibung des Videos. Und wie immer, ich hab keine Ahnung, was uns erwartet. Im Großen und Ganzen hab ich mir mal angeschaut, was die Mod uns so bringt. Nämlich ein Schnappdatum von 1931 und viele Gesichter, die wir aus einer WW1 Mod kennen würden. Ja gut, der eine oder andere würde sagen, das ist eine WW1 Mod. Denn streng gesehen gab's den Ersten Weltkrieg noch nicht. Also bin ich mal wieder derjenige, der den Ersten Weltkrieg über den Zaun brechen wird. Außer alle unterwerfen sich uns. Na, ist das nicht schön. Oh, das ist aber nett. Seht ihr das? Das sind doch viel schönere Grenzen. Wir spielen natürlich mit dem Deutschen. Natürlich spielen wir mit dem Deutschen. Was auch sonst? Leute beschweren sich ja immer. Och, Krabbel, spiel doch nicht immer mit Deutschland. Aber Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man mit Deutschland spielen kann. Es gibt so viele Mods, die sich einfach nur um Deutschland drehen. Und verdammt, die Aufrufzahlen sind immer so gut, wenn Deutschland im Titel ist. Das ist einfach, keine Ahnung. Ich wäre dumm, würde ich es nicht machen. Ich finde das schön, dass mir auch die Icons schön alle angepasst hat. Es gibt so ein bisschen... Oh, schön. Schön, wie die Icons hier schön in die Dinger reinragen. Die lang erwartete Armee-Reform. Ja, ja, da warten wir heute noch drauf. The time has come for change. Ja, sagen wir auch schon seit 100 Jahren. Wilhelm ist unsinkbar. Das ist ganz meine Meinung. Was kann ich denn jetzt aktuell eigentlich machen hier? Oh, ist der groß, ey. Oh, gigantisches Teil. Kann aber grundsätzlich überhaupt nichts machen aktuell. Ich bin so ein bisschen nutzlos. Das ist so ein großes Teil und kannst es nicht nutzen. Naja, beginnen wir mit den Armee-Reformen. Gucken wir mal, was wir Armee... Oh, 72. Starke, hübsche Divisionen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dieses Mal auf die Schnauze bekommen werden. Weil irgendwann habe ich das Gefühl, dass wir die Guten sind und die anderen die Bösen. Apropos Böse. Du bist auch böse. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum? Warum bin ich böse? Ganz einfach, weil ich habe gehört, du hast den Kanal noch nicht abonniert. Ja, Frechheit. Ziel bis Ende des Jahres sind die unfassbaren 25.000. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und es ist ja schon Februar. Haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Naja, eigentlich schon, aber egal. Günther von Kluge. Man kennt ihn. Erwin von Witzleben. Man kennt ihn. Fedor von Bock. Man kennt ihn. Also irgendwie kenne ich alle. Meine Güte, ich spiele das alles viel zu lange, Mann. Auch hübsch hier. So mit Heiligenschein, die ganzen Bildchen. Aber ansonsten alles relativ unverändert. Wobei, hier hinten haben wir noch ein bisschen Spezial-Sachen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, so auf den ersten Blick habe ich mal keinen Plan, was ich erforschen kann. Okay, doch, grün kann ich erforschen, lila ist erforscht, grau kann ich nicht erforschen. Sehr gut, mein Spatzninn hat es gerade eben kapiert. Und jetzt mal rein theoretisch. Wir müssten noch Kolonien haben, oder? Deutsch-Afrika. Deutsch-Afrika. Ähm. Sultanat auf Marokko-Deutsch-Afrika. Und German-Asien. Ah, schön, schön. Und, oh, Empire of China gehört auch zu uns. Mensch, ja, was wollen die denn alle überhaupt? Die haben da gar keine Chance gegen mich. Und der schaut irgendwie aus wie unser Bruder. Oh. Übelst langer Text über das deutsche Empire. Wer es lesen will, viel Spaß. Ich lese es euch nicht vor. Gehören die jetzt eigentlich dann zu uns später oder nicht? Der Reichspakt ist aktuell noch ein bisschen klein, wenn ihr mich fragt. Ah, übrigens, Nanzig gehört auch zu uns. Elsass-Lothringen, ja, aber... Mhm. Aber gut. Umso weniger die Baguette haben, desto besser, ne? So, jetzt können wir uns entscheiden. Schliefen oder den guten Rupprecht von Bayern. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ihr wollt immer alle was mit Bayern, dann kriegt ihr jetzt halt mal den Rupprecht von Bayern. Hehe, gar nicht gesehen. Luxemburg ist einfach mal Minion. Hehe. Wer ist denn das? Die Charlotte? Mensch, ja, ja. Das ist schon klar, dass die bei Minion ist, ne? Die Charlotte ist eine Hotte, ne? Da wird das Video wahrscheinlich gleich wieder gesperrt oder so. Hey, spanische Bürgerkrieg, hä? Ja, das ist 1931. Was soll denn das? Viel zu früh? Die Habsburger Monarchie ist weg. Warum denn das? Wann, Mann, Mann? Das ist aber nicht so nett. Der Reichstag rebelliert. Oh Gott. Ich dachte, dass ich hier eine entspannte Runde habe. Also ich möchte auf jeden Fall versuchen, den Kaiser zu halten. Ist er noch da? Noch ist er da. Ja, Kaiser Wilhelm hat die Kontrolle behalten. Na, Gott sei Dank. Ich stelle es sich vor, diese Fanatikheiten, die Kontrolle über das Reich, übernommen. Eine unvorstellbare Freibeltat. Ah, den Kollegen kennt ihr irgendwoher. Der hat die Kontrolle über Frankreich übernommen. Relativ lustig eigentlich. Was ist das jetzt für ein Müll? Reichspakt in Kreises. Nein, 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 nein. Mir geht's gut. Man will mir was unterstellen. Können wir eigentlich das Königreich unterstützen? Mal rein Interesse selber. Ja, doch, klar. Sechste Division können wir sogar entsenden. So, jetzt können wir das hier machen. Wilhelm ist unsinkable. Ja, gut. Und ganz nebenbei übrigens, mein Minion, äh, Ex-Minion ist im Krieg mit... Ach, scheiß drauf. Sollen Sie machen, was Sie wollen. Ist mir wurscht. Ihr seid eh... Ihr gehört nicht mehr zu mir. Seid nicht mehr meine Freunde. Oh, die Briten auf Ehre sind auch mit dabei hier gegen die Spanier. Sehr schön. Einfach mit Fahrraddivision. Das erinnert mich an eine Challenge, die ich demnächst mache mit Fahrraddivision. Remove Panic in Germany. Ja, mach mal, Alter. Weg mit der Panik. Jeden Tag Panik, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Das reicht schon. Warum, warum, ne? Flugzeuge. Ah, Hauptsache, wir haben schon... Ach so. Habe schon fast alles erforscht. Weiß gar nicht, was ich erforschen soll hier. Removes Old Kaiser New Regime. Also generell ist alles scheiße aktuell. Also wirklich, wir sind richtig am Arsch. Wir haben minus 9% Stabilität. Ich meine, War Support ist gut. Das ist Deutschland, wisst ihr? Also damals zumindest. Alles ist nicht gut, aber Krieg ist immer gut. Yo, Alter. Was für minus 500. Was ist denn das? Jetzt spiele ich Hartzfeind 4 seit 3000 Stunden und noch nie. In 3000 Stunden hatte ich minus 500 politische Macht. Was macht die mit mir, Mann? Auf alle Fälle werde ich den Bürgerkrieg alleine gewinnen, weil wir die ganze Zeit Truppen einkesseln und strategisch wichtige Gebiete einnehmen. Kein Problem, Spanien. Ich hoffe, ihr dankt es mir irgendwann mal. Minus 300 politische Macht. Dafür bekommen wir 1000 Fabriken. Man kann eh nicht schlimmer kommen. Das ist scheinbar gecappt auf minus 500. Deswegen, ja, nehmen wir gerne mit. Noch irgendwas, womit ich Sachen zahlen kann. Hauptsache, ich zahle irgendwie... Scheinbar sogar Plus jetzt auf einmal, Mensch. Läuft ja richtig gerade. Hm, Kulturkampf. Ein Reich, ein Volk, ein Kaiser. Oh Gott. Ich nehme natürlich das, aber ich hoffe, dass das Video nicht gesperrt wird. Ich hab das... Weiß alle schon, dass ich es gesagt habe. Ist ein Ditter mit Frevel. Aber hier im Spiel klingt es doch einfach viel besser, wenn ich hier sage, The one who is unwilling to work shall not eat. Also derjenige, der nicht arbeitet, soll nichts essen. Das klingt doch so, wisst ihr, arbeitet oder stirbt. Und das hier ist doch wenigstens ein geeintes Reich, wisst ihr. Das ist doch positiv. Ist auch nicht ausgrenzend. Das steht ja für alle. Zumindest jetzt hier in meiner Welt. Ja, und das war's. Da ist der Bürgerkrieg vorbei. Und wir haben den Spaniern geholfen, den Bürgerkrieg zu gewinnen. Ich danke es mir, du Mensch. Eines Tages wird Gondor um Hilfe rufen und du wirst antworten. So, Militias, Anarchy, Out of Control. Ja, ja, machen wir mal. Irgendwas beenden ist immer gut. Immer so viele Negativpunkte gerade. Boah, das ist ja positiv. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist so gut. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, viele Sachen sind schlecht. Digga, wo chillen die denn, Alter? Die chillen ja ganz woanders. Minus 200 politische Macht. Warte, ihr gebt mir so auf die Nerven mit eurer politischen Macht. Echt. Das ist ja richtig schlimm, ja, Mann. Übrigens, wenn ihr Bock auf mehr habt, denn ihr sagt, ey, die Mod ist cool, spielen wir mit Frankreich, Russland, Britannien, USW. Gerne in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben ballern und nette Kommentare sind auch mal was Cooles. Auch cool sind übrigens alle Kanalmitglieder. Große Ehre an euch. Dank euch konnte ich sogar letztens mit Decke schlafen. Konnte mir eine leisten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das Ding ist, wenn ihr mal guckt, haben wir aktuell über die Hälfte unserer, kompletten Fabriken gehen drauf für Konsumgüter, weil wir so dermaßen am Säckle sind. Unser Land liegt in Trümmern. Denkt man gar nicht, ob man unsere Armee sieht. Vor allem wir haben die Manpower von 3,6 Millionen. 3,7 Millionen, Entschuldigung. 3,77 Millionen, Entschuldigung. 3,84 Millionen, Entschuldigung. Ja, okay, ich höre schon auf. Konstruktion auf Autobahnen. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Schaut euch mal den Fokus an, meine Freunde. Darf ich leider nicht aussprechen. Ansonsten kriege ich wahrscheinlich direkt wieder auf die Schnauze. Aber ihr könnt ihn ja lesen. Ja, ihr könnt ihn ja lesen. Und er macht echt coole Boni. So, der ist richtig, der ist richtig lit, der Fokus. Was boostet die Villain Economy? Was muss ich dafür machen? Nix. Einfach positiv, oder was? Cool, der gibt mir einfach Boni. Einfach so. Achso, wir können eine Sache boosten. Ach, eine Sache können wir boosten. Holy, hm. Dann würde ich doch sagen, politische Macht ist wichtig. Aber cooles Feature, muss ich sagen. Juch, was ist denn das jetzt auf einmal? Digga, was ist denn das für ein Bündnis? Hallo? Hallo, was soll das? Warum genau vereint man sich gegen mich? Leute, ich sage euch, wie es ist. Das taugt mir nicht. Das taugt mir nicht, was die hier treiben. Das ist nicht gut. Every German must know his duties. Das ist schön, das gefällt mir. Klar, Brasilien ist... Also, was ist denn das? Hä? Kriege ich auch noch Hilfe? Oder bin ich jetzt dann... Digga, das Ding ist in zwei Minuten vorbei. Die machen mich kalt. Die schlitzen mich im Schlaf auf. Das ist ja kein Wett. Das ist kein Spaß hier. Na, dann machen wir mal den Fokus, der so schön ausschaut. Den ich nicht aussprechen darf. Ruhe, Silesian, Meer. Gibt uns... Oh, Ressourcen ohne Ende. Oh, netter Stuff auf alle Fälle. Auch interessant, dass wir diese Entscheidung nicht ändern können, ohne unsere Fokuspunkte. Also, wir können hier tatsächlich nichts machen. Das ist eine relativ interessante Herangehensweise. Boah, Infanterie-Expert. Ich schwöre, also... Die Typen hier sind schon richtig krass drauf, ne? Auch von all den Stats und so. Resource-Gain-Efficiency plus 15%. Oh, das hätte ich mal vorher machen sollen mit den Fabriken. Und dann halt das Research-Speed plus 10%. Auch enorm... Also, richtig cool. Also, von dem Boni hier und so, die die Mod bietet. Ja, richtig cooler Stuff. 5% Stabilität und der Research-Bonus für alles. Okay. Okay, dann machen wir jetzt das, weil ich keine Ahnung habe, was wir sonst als nächstes machen sollen. Ja, ich bin mir sicher, das ist ein Scherz mit dem Tripartite-Bündnis da, was auch immer das sein soll. Weil meine Urgroßmutter tritt auch noch gleich bei, oder was? Festung Germania. Mhm. Ist aber relativ teuer, leider. Ah, was ist denn hier drüben noch? Ach, was ist denn hier los? Oh. Achso, das hätte ich mal vielleicht mal vorher machen sollen. War so weit rechts, das habe ich gar nicht gesehen. Das sagt derjenige, der mal rechts spielt, das ist zu weit rechts. Repair Mitteleuropa. Hätte man vielleicht mal vorher machen sollen. Mitteleuropa ist nämlich aktuell komplett kaputt. Mitteleuropa ist broken, my friend. Oh, King Kong ist gesichtet worden. Mensch. Ah. Ich glaube, ich habe China verloren, als ich es ignoriert habe. Und ich wusste, dass wir ganz rechts China helfen können. Aber ja gut, haben sie halt Pech gehabt. Oh, Luxemburg integrieren, jawohl. Immer hin in die gute Stube, meine gute Charlotte. Ah, Charlotte ist weg. Hm. Wohl in Rente gegangen. Ja, helfen wir mal, Schweden. Luxemburg gehört jetzt übrigens offiziell zu uns. Ist aber nur ein Occupied State. Was ich schade finde, weil wir haben es doch eingegliedert. Wenn es eingegliedert ist, ist es eigentlich ein Chor-Staat. Oh, was ist mit Schweden? Oh, die sind im Reichspakt. Sehr gut. Hallo Schweden. Grüße. Nee, waren die doch... Nee, ich schade, die waren doch davor auch schon im Reichspakt. Ach so. Ach, die sind eh schon im Reichspakt mit drin. Ach, ich bin doch so ein Holzkopf heute, Mann. Vielleicht schauen sie in Zukunft ja erstmal, was sie machen, Herr Kröbel. Wir machen Schweden einfach mal ein bisschen stärker. Kann ja nur Vorteile bringen für uns. Falls übrigens wer fragt, warum ich noch niemanden den Krieg erklärt habe. Na, nicht genug World Tension. Na, dann kümmern wir uns mal um die Kolonien. Auch wenn das meine komplette politische Macht wieder weghaut. Ich habe gerade festgestellt, wir bekommen hier einfach gefühlt 70.000 Fabriken geschenkt. Das ist... Also, das macht man natürlich sofort. Mhm. Unsere polnischen Freunde haben voll Bock auf uns. Und ich habe voll Bock auf Polen. Also eigentlich hatte ich das anders gemeint. Aber egal, die Division nehmen wir gerne mit. Der Reichspakt wächst, meine Freunde. Jetzt fehlen nur noch Länder wie Russland, Italien, Frankreich, Britannien in unserem Bündnis. Und ich bin mir sicher, wir könnten bestimmt gegen die Schweiz siegen. Hauptsache, ey, ohne Witz kann es sein, dass wir diejenigen sind, die auf die Fresse bekommen nachher. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir hier sehr defensiv alles haben. Wir haben so viele Defensivpunkte, Festungen, Forts. Das gibt mir alle sehr zu denken. Germany feels threatened. Allerdings, ich fühle mich gerade sehr bedroht. Und nebenbei sollten wir uns ein bisschen um die Weltpolitik kümmern. Und deswegen Return of Weltpolitik. Mal gucken, was da so passiert. Suchen wir mal neue Verbündete. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ja cool. Minus 5%... Oh, das ist ja nice. Gibt irgendeine neue Ressource, so Blätter. Ah, nee, Stabilität ist das. Nee. Ach, das sind die Polit... Ach so, politische Macht sind Blätter. Ach so. Sagt mir das doch mal einer. Aber wir können hier alles koren. Das ist total cool und so. Interessanterweise schaut das unterschiedlich aus. Aber es ist das gleiche. Oh, für 720 Tage aggressive... Naja, wir sind doch nicht aggressiv. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Das Ding ist, ich weiß nicht, bin ich jetzt gut oder bin ich jetzt böse? Oder müssen wir angreifen oder verteidigen? Also, das wandelt sich hier im Sekundentakt in der Zwischenzeit. Oh, das Danube-Reich. Hm, naja. Hm, naja, okay. Okay, so, ich würde mal sagen, wir werden jetzt erstmal die Niederlande ganz freundlich fragen, ob sie uns beitreten möchten. Ah, Luxemburg. Erstmal Luxemburg integrieren. Und nebenbei habe ich hier erstmal mit allen hier Händchen gehalten. Was ist jetzt hier unten noch? Ach so, stimmt, wir können wieder eine Sache machen. Ähm... Ah ja, Wall Street klingt erstmal ganz gut. Oh, die Niederlande. Geil. Sind echt unsere Ursache. Ja, schön. Nee, gefällt mir sehr. Our best friend in Americas, Argentinien, ist dem Reichspakt beigetreten. Beigetreten, genauso wie Niederlande, Venezuela und, wie ist die andere Nation noch hier, die ich vergessen habe? Argentinien, genau, jetzt hat. So, die anderen kann ich alle nicht mehr einladen, weil Gründe. So, das ist Kriegsee gegen Britannien, Russland, Österreich, aber das ist halt alles in einem Bündnis, ne? Was? Konstantinopel möchte dem Reichspakt beitreten? Ja, was ist das denn, Alter? Guck mal, was ist denn hier? Ich schwöre, Byzanz ist einfach back in town. Hä, wo kommen die denn auf einmal her? Ich feiere die Mod so hart, Mann, die ist schon echt geil. Ich liebe die Mod ein bisschen. Oh, 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 Österreich hat, oh. Nein! 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 Hör auf! Hör auf! Ach, ach, was ist das denn jetzt? Ach, komm, mach keine Sachen. Das ist ja... Ich habe mir noch gedacht vorhin, aber wir werden das, aber was? Ey, krasse Shit, ey. Mal gucken, was er mit Österreich so anstellt. Weil Österreich ist echt nicht ohne, muss ich sagen. Die haben so nett für unsere Manpower. Äh, äh, Österreich baut Shit und das ist halt klassischer Adi-Move halt, ne? Wenn der an der Macht ist, der macht immer Müll. Und die haben halt leider ein Bündnis an ihrer Seite, welches in der Lage ist, durchaus Forderungen zu stellen. Okay, Österreich, I don't like it. Naja, gut. Klassischer Hitler-Move halt. Irgendwas im Südosten oder so wird halt annektiert, ne? Ups, Britannien baut... Oh, was wollen Sie? Warum immer alle gegen mich, Alter? Österreich macht doch voll Krawahiert. Der ist der Böse. Warum immer auf mich? Ähm, ähm, ja, okay, klar, warum nicht? Meine Freunde, Jugoslawien hat Griechenland den Krieg erklärt. Und so beginnt das Unvermeidbare. Denn Griechenland ist verbündet mit, ja, der halben Welt. Und Jugoslawien ist auch verbündet mit der halben Welt. Und deswegen wünsche ich euch allen viel Spaß. Das wäre schon echt eine Schande, wenn jetzt irgendeiner versuchen würde, das Ganze für sich zu nutzen und Österreich anzugreifen. Hauptsache Ecuador ist noch dem Tripartit beigetreten. Oder Triparti. Mhm. Mhm. Rest in Peace, Jugoslawien auf alle Fälle. Oh, und United Kingdom Live gerade eben hat United Kingdom noch Italien den Krieg erklärt, Alter. Jetzt prügeln alle auf die Triparti ein. Jo, was? Ähm, die haben mir den Krieg erklärt. Ich habe den Fokus noch nicht mal fertig. Der läuft noch zehn Tage, aber die haben sich gedacht, so ja, 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 dann erklären wir denen halt den Krieg, nicht? Bevor die uns angreifen, greifen wir die. Ich sage mal so. Also, äh, 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 ich bin ja jetzt nicht die hellste Birne auf dem Kuchen, aber ich glaube, das war ein verdammter Fehler, Mann. Ja, Mann, Alter, das ist doch jetzt... Polen könnte vielleicht helfen kommen oder so. Ja. Rumänien ist doch beigetreten. Italien haben die mexikanischen Staaten mit reingerufen, aber Frankreich ist mit Belgien auch im Krieg. Frankreich wurde gerufen. Und dieses Mal machen wir es wirklich direkt über die Maginot-Linie. Aber die gibt es natürlich hier gar... Das sind unsere Forts. Und das Lustige ist ja, dass ich die ganze Zeit dachte, wir sind diejenigen, die angegriffen werden. Wir sind die armen Schweine. Aber irgendwie wiederholt sich der Zweite Weltkrieg aktuell ein bisschen. Und die alte Eidgenossenschaft ist auch noch dem Krieg beigetreten. Die alte Dame. Oder eher der alte Herr. Ist halt auch blöd, weil die Franzosen haben ihre gesamte Armee, die ja eigentlich auch nicht ohne ist, mit knapp 1,7 Millionen Mann. Das ist in etwa so stark, wie wir sind. Ist halt leider aktuell überall, außer in Frankreich. Das ist halt ärgerlich. In Italien hat auch nochmal eine Million Mann. Die haben auch nochmal eine Million Mann. 1,3 Millionen circa. Aber die gesamte Manpower-Stärke ist schon überwältigend. Da ist die Frage, wer ist denn da so stark eigentlich? Das Commonwealth wird scheinbar nochmal ein interessanter Fact. Aber auch die Russen haben sich jetzt leider inzwischen leider doch ein bisschen gefangen. Einzige, was aktuell gut vorangeht, sind unsere Verluste. 150.000 Deutsche haben wir Leben schon gelassen. Einmal eine Bekorrbevölkerung, die noch in Reserve steht von 8,8 Millionen. Was sind da schon 100.000? Auch wenn man es in der Zwischenzeit doch etwas schwerer tun, voranzukommen. Wir erobern jetzt Paris. Und damit fällt Frankreich? Warum weint der denn jetzt? Das ist doch erfreulich eigentlich. Tja, wer dacht, das wird ein einfaches Ding? Liegt jetzt wahrscheinlich hiermit auf dem Opferhaufen. Haben sich echt nochmal gut gefangen, ey, diese Geier. Ja, okay, gut. Folgender Sachverhalt. Wir sind jetzt im Krieg mit dem United Kingdom, meine Freunde. Wir sind jetzt zwar alle eingekesselt. Und solange die Belgier nicht mit im Krieg sind, ist es noch in Ordnung. Aber wir müssen trotzdem schnellstmöglich gucken, dass wir das Problem lösen mit den Briten. Haben die Briten Frankreich eingenommen. Ich ziehe mich ja jetzt zurück. Die sollen ja machen, was sie wollen, solange sie mich in Ruhe lassen. Spanien ist auch... Warum tritt Spanien jetzt diesem mülligen Bündnis bei? Weil, Mann, ich hab alles für die Akutas, irgendein komischer Typ an der Macht. Natürlich ist auch Spanien gleich beigetreten. Jo, einfach fette Naval Invasion der Russen in Italien. Geil. Die Russen sind so meine letzten Freunde, die ich noch habe. Ja, die Niederlande ist endlich beigetreten. Sehr gut. Georg der Fünfte ist gestorben. Jetzt herrscht Georg der Sechste. Hoffen wir, der ist genauso unfähig wie der Fünfte. Belgien ist auf alle Fälle schon mal weg. Sehr gut. Und die Russen haben Rom erobert. Naja, das dritte Rom nennt man es ja auch. Oh, da gehen viele drauf. Ui, da gehen viele drauf. Ist aber gar nicht gut für die Briten. Wir sind übrigens auch noch im Krieg mit dem Queen Empire. Die sind auch im Krieg mit dem Tripathi. Naja. Alles relativ sinnbefreit gerade, wenn ihr mich fragt. Queen ist im russischen Bündnis. Das ist gar nicht gut. Noch hält sich Russland raus, aber das kann jederzeit sich ändern. Meine Taktik übrigens nur noch von einer Seite anzugreifen, hat sich als höchst effektiv herausgestellt, weil ich einfach mit meiner riesen Armee auf einer Seite die ganze Zeit durchmarschiere, statt an der gesamten Front und so die Franzosen platt mache. Wir haben übrigens jetzt schon fast die Millionen geknackt. Leider nicht auf YouTube, sondern nur hier im Spiel bei unseren Verlusten. Spanien hat irgendwie die Portugiesen erobert und ich habe gerade US-Dinger. Ne, okay, hat mich getäuscht. Dachte kurz, die USA sind auch schon feindlich. Ah, Kolumbien ist uns beigetreten. Es ist schön, dass wenigstens noch mal irgendeiner uns beitritt. Erlebt immer noch. Warum gibt es hier eigentlich nicht mal einen Putschversuch? Ah, Frankreich ist endlich weg. Gott sei Dank. Dachte schon, die gehen gar nicht mehr. Also Russland ruft aktuell nur Verbündete und keine Feinde, was noch immer ein bisschen Entspannung bringt, immerhin. Spanien hingegen ist gar keine Herausforderung, trotz Unterstützung von US-amerikanischen Unterstützungstruppen in Form von, wie heißen die? Expedition, ist denn nicht Expedition? Ah, Volontiers, genau. Ey, die sind eigentlich gar nicht so schwach. Der Mann gibt bis 700.000 Mann, aber irgendwie reißen die nichts. Auf alle Fälle ein Krieg mit über 15 Millionen Verlusten auf beiden Seiten. Also das ist schon, boah, das ist ein gigantischer Weltkrieg. So hätte der Erste Weltkrieg nie laufen dürfen. Aus der Sicht der Alliierten. Weil wir aktuell am Gewinn sind. Und diesmal kann man gar nicht sagen, Hitler war der Böse. Doch, wobei, nee, Hitler war der Böse. Alles Österreich schuld. Er ist schuld. Österreich ist einzig und allein am Krieg schuld. Und trägt die komplette Alleinschuld. Weil wir haben zur Verteidigung unseres Reiches halt ein paar Gebiete erobert später. Aber das ist ja... Oh, tschüss Spanien. Hauptsache Portugal. Ach, das ist ein Commonwealth, deswegen. Portugal gehört jetzt auch uns. Da können noch so viele... Ah, was? Das ist einfach ein Crossing? Ah, das habe ich nicht gesehen. Das ist richtig... Ah, das regt mich gerade richtig auf. Weil ich habe ja alles erobert gehabt. Und dann ist da einfach ein Crossing. Wären die Russen übrigens schlau gewesen. Übrigens tschüss Italien. Hätten sie uns angegriffen, während wir im Krieg mit den anderen gewesen sind. Weil, wenn der Krieg vorbei ist, gegen diese Tripartie, dann tschüss Russland. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Boah, was hier gerade Briten draufgegangen sind. Ohne Witz. Ich glaube, ich habe hier locker eine Million Briten gerade beseitigt. Wir können mal gucken. Naja, 555.000 Mann. Ja, ist nicht ohne. Ja, auch schon über zwei Millionen verloren, leider. Oh, Alter, was das schon da drauf geht. Oh, wie viele Truppen das sind? Die können sich nicht zurückziehen. Genauso wie die hier. Das ist bei 888. 895. Oh. 300.000 Mann sind da gerade von uns gegangen. Da stehen locker zwei, drei Millionen Soldaten hier übrigens auf dem kleinen Haufen. Ich frage mich, was die essen. Weil essen kann es schon lange nicht mehr sein. Auf der anderen Seite sterben viele Leute noch. Hm. Meine Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht. Der Krieg. Also, der eine ist vorbei. Jetzt ist mir das Spiel am Ende der Friedensverhandlung abgestürzt. Ich hoffe mal, das ist ein One-Time-Problem. Und jetzt ist natürlich Russland auch noch im Krieg. Ah, das ist doch jetzt... Ah. Warum passiert sowas immer? Das fassen wir zusammen. Es gab Friedensverhandlung. Friedensverhandlung. Das Spiel ist abgestürzt. Ich habe das Spiel neu geladen. Und Russland ist jetzt im Krieg mit uns. Yay. Probieren wir es nochmal. Okay, es gab irgendein Problem mit dem Puppetin sowieso ausschaut. Jetzt habe ich keine Puppets gemacht. Ich wollte ja eigentlich Frankreich, also so ein bisschen historisch fast schon, Gebiete auch zu Vasallen machen. Aber das hat jetzt nicht geklappt. Äh, danke für nichts Mods. Aber no Front. Also klar, so gigantische Mods kann immer Probleme geben. Er hat die französische Flotte jetzt mit übernommen. Und mal gucken, ob es reicht für eine Naval Invasion. Es würde reichen, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich die Zeit übersehen. Ich dachte, der war schon fertig mit Vorbereiten. Oh. Ich schicke mal kurz ein paar Flugzeuge mit rüber. Ich hoffe mal, dass die noch rechtzeitig ankommen. Weil dann sollte die Landung hier nämlich auch höchstwahrscheinlich funktionieren. Und dann gehen wir einmal nach links nach Dingenskirchen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und hoffen, dass wir den Hafen erobern können. Gut, unser erster Versuch ist ein bisschen gescheitert in England. Äh, aber wir geben natürlich nicht auf. Äh, wir greifen übrigens nebenbei ein bisschen Russland an. Ähm, ja, ich glaube, die Verluste sprechen für sich. Ami schickt uns 15 Divisions. Das ist voll freundlich von denen. Also ohne unsere Luftwaffe würden wir hier nie durchkommen. Wenn wir so am nächsten Versuch, nachdem wir hier schon mit... Ey, wir haben bald keine Leute mehr, wenn ich so weitermache. Aber Landung erfolgreich. Wir haben surrendert Jugoslawien. Aha. Warum hat Zeit, dass die surrendern? London ist gefallen. Großbritannien. Bisschen besser verteidigt, als wir es aus Vanilla Harz auf 1.4 kennen. Aber, trotz allem läuft es erstmal ganz gut. Es ist so schön, wenn Großbritannien... Oh, okay, da sind sie auch weg. Ich kann sagen, wenn die Hauptstadt fällt und Großbritannien mit. Äh, da ist noch Italien in Russischer Hand. Jugoslawien kommt zurück. Neb-Invisions der Briten, die gar nicht mehr existieren. Ach, es ist ein Grauen. Und, ja, das polnische Reich ist jetzt Intermerium Federation geworden. Und mal eben die größte und stärkste Nation nach mir gefühlt. Verluste sind eigentlich relativ lustig. 1,85 zu 7,27 Millionen. Die Russen haben halt keine Chance gegen deutschen Stahl. Mit dem Kollaps des russischen Reichs, meine Freunde, beleibt. Außer Frage. Das deutsche Reich hat gesiegt. Der erste Weltkrieg und der zweite Weltkrieg in einem eigentlich hier mehr oder weniger. Und wir sind die alleinigen Sieger. Und das Gute ist sogar mit der Unterstützung eigentlich der Amerikaner. Das heißt, wir haben noch einen starken Verbündeten an unserer Seite. Den wir notfalls sicherlich irgendwie mit auf unsere Seite ziehen könnten. War wirklich sehr unterhaltsam. Die Mode ist echt cool. Da sehe ich mich bestimmt noch mal dritt spielen. Ansonsten wünsche ich euch allen jetzt noch einen schönen Tag. Hoffe, das Video hat euch ebenso gefallen wie mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.